Wenn man herausfiltert, dass das eine wichtige Person für einen werden könnte, dann geht man gleich in eine Beziehung. Im Moment nicht, ich habe jetzt Abschluss. Ich bin nicht so der Beziehungstyp. Da kann man sich doch schon mal gönnen, oder? Ja. Obwohl, eigentlich gar nicht. Eigentlich ist beides geil. Yo Leute, was geht's zum neuen Video? Erstmal, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal wieder ein anderes Video und wie ihr es im Titel gesehen habt, heute mache ich ein Street Comedy Video. Wir sind wieder hier in Braunschweig unterwegs. Und zwar, diesmal ist die Frage heute, würdet ihr eher eine Beziehung bevorzugen oder Freundschaft Plus? Ich würde sagen, wir fragen einfach mal ein paar Leute. Let's go! So, wir haben auch schon unsere ersten Kandidaten. Und zwar, wie ist erstmal dein Name? Julian. Julian, okay. Hast du eine Freundin? Ist das deine Freundin? Nein. Und zwar, meine Frage lautet, würdest du eher eine Beziehung dir vorstellen oder lieber Freundschaft Plus mit irgendwem? Äh, Beziehung. Warum Beziehung? Weil Freundschaft Plus irgendwie so ehrenlos ist. Ich finde, wenn es mehr ist, dann ist es immer so schön, wenn man dann sich immer mit der Person trifft und dann mehr so mit einer was hat. So, wenn man, man wird ja dann auch als Schlampe bezeichnet und alles immer halt. Naja, also du wirst ja nicht direkt als Schlampe bezeichnet, sondern eher das Mädchen. Du wirst eher so als krankester F***er bezeichnet. Ja, also eher Beziehung. Ja, ja. Ja, klar, kann ich komplett verstehen. Alles klar, und zwar, meine Frage lautet an euch. Würdet ihr eher Beziehung oder Freundschaft Plus bevorzugen? Beziehung. Beziehung. Beziehung, warum? Weil bei Freundschaft Plus ist das so, dass ich irgendeiner, obwohl eigentlich gar nicht, eigentlich ist beides geil. Also, ich will jetzt nicht so als Note abgestempelt werden, ne, aber das Ding ist so, manchmal sind Beziehungen viel zu kompliziert so. Es gibt halt immer voll viel Stress und bei Freundschaft Plus ist das so, so unabhängig, außer jemand verliebt sich halt. Also willst du sozusagen sagen, wenn du für irgendwen was fühlst, dass du dann eine Beziehung lieber hast als Freundschaft Plus? Ja, natürlich. Okay, und? Du auch so. Ja. Nicole.brdk auf Snapchat und Nicole.brdk auf Instagram. Wisst ihr Bescheid. Wie heißt ihr auf Instagram oder Snapchat? Tobi956 Niklas Schlott. Beides Instagram, ja? Ja. Alles klar, perfekt. Und zwar, ich habe nämlich mir so mal eine Frage überlegt und zwar lautet die Frage, könntet ihr euch eher eine Beziehung vorstellen oder Freundschaft Plus? Worauf hättet ihr mehr Bock? Freundschaft Plus. Freundschaft Plus? Beziehung. Beziehung, wie so jetzt so Meinungsverschiedenheit? Ich bin nicht so der Beziehungstyp. Oh, hast du keinen Bock die ganze Zeit so anhängig zu sein oder wie? Ähm, mehr Abwechslung. Oder willst du einfach nur richtig so viele Schla... Nee, mehr Abwechslung braucht man halt. You know what they say. A blowjob is better than no job. Achso. Und du, warum Beziehung? Ja, ich weiß nicht. Also, ich finde es halt besser, wenn man so nur was mit einer hat. Auf jeden Fall würde ich erst mal sagen, danke, dass ihr mitgemacht habt. Habt ihr beide einen Freund? Nein. Würdet ihr eher Freundschaft Plus bevorzugen oder eine Beziehung? Beziehung. Beziehung, warum Beziehung? Weiß ich nicht. Findest du schöner, wenn du dich an irgendwen binden kannst, ja? Und du? Beziehung, aber halt nur, wenn es passt. Sonst eher halt dann gar nichts. Nee, also... Nein, also wenn man irgendwen gefunden hat und dann passt es, dann halt auf jeden Fall Beziehung bevorzugen. Aber halt, wenn keiner da ist, dann scheiß drauf. Und wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwen siehst, den findest du ganz schön und so und hast Bock auf ihn, aber du kannst dir irgendwie nicht richtig was mit ihm vorstellen. Da kann man sich doch schon mal gönnen, oder? Ja. So, und übrigens, Leute, falls ihr es noch nicht abgecheckt habt, checkt mal unseren Merch auf, Alter. Der ist ultra sick, Alter. Neues Design und so. Checkt einfach mal ab. Ist einmal hier abgebildet. Revier Fashion. Hat irgendwer von euch eine Freundin? Ja. Nein. Okay. Würdet ihr eher eine Freundin bevorzugen oder Freundschaft Plus? Worauf hättet ihr jetzt gerade viel mehr Bock? Freundin. Freundin. Ihr alle Freundin? Ja, weil ihr wahrscheinlich eine Freundin habt. Klar. Du? Freundin. Freundin, echt? Warum hast du keinen Bock auf eine Freundschaft Plus? Ganz einfach deswegen, weil das ist ja keine Freundschaft Plus. Man muss ja nicht die ganze Zeit bei einer Person bleiben. Wenn man herausfiltert, dass das eine wichtige Person für einen werden könnte, dann geht man gleich in eine Beziehung. Und wenn du jetzt, sag ich mal, denkst so, ja, du hast Bock auf sie, aber kannst dir nicht richtig das Ernste mit dir vorstellen, würdest du dann eine Freundschaft Plus machen oder lieber gar nicht? Nicht mehr. Okay, warum? Das sind schlechte Erfahrungen. Also am Anfang ist es vielleicht ganz cool, so eine Freundschaft Plus zu haben, aber nach einer gewissen Zeit entwickelt einer von den beiden sowieso mehr. Nicht wegzudenken, denk ich. Du wisst ja Bescheid, also merkt euch das. Meine Frage lautet, habt ihr beide erstmal eine Freundin? Nein. Nein. Okay, wie ihr jetzt gerade so drauf seid, worauf hättet ihr jetzt mehr Bock? Auf eine Beziehung oder auf Freundschaft Plus? Beziehung. Beziehung. Wieso jetzt direkt Beziehung? Ich weiß nicht. Ich bin Beziehungstipp. Ja, ich auch. Okay, aber wenn ihr, sag ich mal, so ein Mädchen sehen würdet, die ihr halt nicht so für eine Beziehung geeignet findet, aber trotzdem was von ihr wollt, also sie trotzdem heiß findet, würdet ihr dann lieber es lassen oder lieber Freundschaft Plus? Ja doch, dann schon. Hast du gerade eine Freundin? Nee. Würdest du jetzt an deiner Stelle eher eine Freundin dir vorstellen, also hättest du Bock auf eine Freundin oder eher Freundschaft Plus? Im Moment nicht, ich habe jetzt Abschluss. Okay. Okay, gut, dann alles klar, das war es dann schon. Slavater. Digga, Abschluss. Hättet ihr eher Bock gerade auf Freundschaft Plus oder auf eine Freundin? Freundschaft Plus. Freundschaft Plus, warum sagst du direkt Freundschaft Plus? Zu anschränkt Freundin. Und ihr? Beides gar kein Bock. Warum nicht? Ja, das eine ist zu anstrengend, das andere ist so zu kurzlebig, keine Ahnung. Also dann lieber gar nichts, ja? Ja. Okay, und wenn du jetzt, sag ich mal, Gefühle für ein Mädchen entwickelst, dann halt direkt Freundin, oder? Also nicht Freundschaft Plus oder so? Ja, auf jeden Fall. Okay, und du? Auf gar nichts, wirklich auf gar nichts. Ich grüße meinen Bruder Eschiff. So Leute, das war es jetzt mit dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand auf jeden Fall die Antworten ganz chillig, nur es ist halt immer in Braunschweig so, dass immer alle so nicht so Bock haben, habe ich das Gefühl. Wenn ihr die anderen abchecken wollt, checkt einfach mal meine Infobox ab, würde mich auf jeden Fall freuen. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, dann abonniert einfach meinen Kanal und drückt auf die Glocke. Würde mich echt wirklich richtig freuen und checkt auch meine ganzen letzten Videos ab. Ich würde sagen, danke fürs Einschalten, wir sehen uns im nächsten Video, haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.